Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von V-Rising. Nachdem wir letztes Mal schon Leandra, die Schattenpriesterin, besiegt haben, probieren wir uns heute an Terra, die Geomantin, und danach direkt im Anschluss Meredith, die helle Bogenschützin, auch zu besiegen und so die Kräfte und Rezepte freizuschalten. Doch kommt auch dieses Mal einfach wieder mit. Ja, bist du ready to go? Ich bin ready to go. Ja, du musst. Ich lad ihn dann schnell mit dem Zug ab. Achso, ja. Äh, aber Megan, du hast die andere markiert, oder? Ich hab die zweite. Ich hab die Geomantin, Leute. Ja, ich hab die Bogenschützin, okay. Mal wieder reden. Machen wir meine zuerst? Ja. Ja, die ist die schwächere, oder? Ja. Ich glaub, die ist dann eh die in der Goldmine, oder? In der Eisenmine. Ah, okay. Also, ich mach nochmal, oder? Das war doch Meredith. Haben wir doch schon mal gefeiert. Echt? Warte mal. Ah, doch, doch. Ja, ja, macht Sinn. Megan, falsch. Tokio Drift. Nein, ich meine zuerst. Ja, das war's jetzt. Ja, also. Mal durch und dann. Aber flott, flott, flott. Niemandem blöd anschauen. Ohne, ich muss ein Brandoes welchen, was ich wegen dir wieder angeworfen hab. Yill. Mein Pferd leckt's einfach. Das muss man sagen, manchmal ladet's da noch nicht zur Garanzine. Ah, ja. Das ist bei mir auch grad. Jetzt hab ich grad... Ja, jetzt hab ich grad... Aha. Bei mir war grad... Die Blutspur war grad irgendwie ganz komisch. Ja, ich hab gar keine, also ich muss sehr kurz auf die warten. Ich glaub, die Richtung passt, glaub ich. Woher? Ich hab' da. Ich hab' da. Ich hab' da. Stehst du da vorne? Schaut das nach... ...Diomantengebiet aus? Dein Pass. Das könnte auch sein. Auf, eh? Da geht's glaub' rein? Ja. Eigentlich glaub' ich eher da rein, ja. Vielleicht so was. Glaubst du? Also dann... Ich lass' den Pferd auch da. Ja, ja. Ja, ich glaub' da rein. Pstja, du... Tust' ein bissl'n fressen, Kollege. Ähm... Ja. Wenn wir uns noch irgendwo Blut organisieren. Ich hab' noch 4 Liter. Ich hab' auch noch Hälfte 5. Aber schauen wir mal da... Oh! Und das können wir immer mitnehmen. Dann nehm' ich das doch auch noch mit. Bin mir noch nicht sicher, ob man Edelsteine kriegt, nur mit dem... Mit dem... Holben oder ob man mit dem... Speer oder so. Ich glaub, du hast Edelsteine am Schluss dann einfach... Aus dem kriegst du glaub' ich nur Steine. Ja, ja, aber... Und die Edelsteine liegen am Schluss dann da. Ich hab' wieder den anderen Dash genommen, der vorher. Da hast du dich zurück teleportieren können. Aha, das war mal ein bissl... Ah, ich glaub' da ist sie. Ah, die ist schon... Okay. Ja, easy. Nein, hast du sie weggekommen? Nein, ich hab' sie nicht weg. Nein, ich hab' sie weggekommen. Ah, ja, genau. So war das nicht geplant. Okay. Ah, ja. Coole Moves. Oh, oh. Kein Stampfer. Boah. Ah, der... Ah, wir müssen die kleinen... Boah, der soll machen. Die kleinen Viecher heben. Boah, die machen No Damage. Warte mal. Wenn ich jetzt mit meinem Streitkolben kämpfe, mach' den mehr Damage. Oh, ja. Ja, boah. Was nicht. Mehr... Mehr... Schaden an Mineralien. Aber der macht neun und zehn und der macht zwölf, weil er halt viel stärker ist. Mach' ich... Fünfzehn teilweise. Was hast du für'n Kolben? Was? Ich hab' nur da Bronze Einser Kolben. Ja, ich hab' da... Einser Kolben. Oh, shit. Eiii. Ein Weg da. Scheiße, verwandelt sich wieder zu. Wo? Mal eskaliert, glaub' ich grad. Ja. Ah, tut da wieder. Ah, jetzt mal. Me, der... Batsch. Batsch. Und... Drei... Ehh... 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 Ja... Hier geblieben. Aha. Ich glaub' das tankt's jetzt einfacher, hab' ich so das Gefühl in der Reanimation war hier Nullchen. Ich wage halt ein guter Zeitpunkt zum Heilen. Hm. Sie hat mein Faschkolli... Also... Ehh... maybe... Ehh... 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 Ja... dear... Gana drauf... Mann, was ist denn? F*** Geht gerade rundum oder? Ja Frrrrrrrrapp Oh mein, was ist weg Oh, 27 Oh, jetzt ist er im Rage Modus Ich bin doch nicht nervös 28 So lange wir nicht nebst einander stand Aha Ahja Komm schon Ah, ich hab ihn verbittert Ah, dann ist da auch noch ein Böser Boah, das, ok, das macht er Boah Ja Die hat 64 Damager gemacht, mit ne Chaos, all das gemacht Ja, mein der Schlag eine macht so ein bisschen Ah, das ist das nächste Ja, das ist das nächste 24 Ah! Unwoof me natürlich Au, 20 Und, nice Ist verstanden Ja, olle Schlup Das für einen kleinen Trick Ah, schon What? Oh, Goldschmuck Für einen kleinen Trick? Ah, gee Oh, was nochmal direkt? Was Neues Ehhh, nix vom Chaos Ich glaub nix beim Sorge Hä? New Wir haben Kriegt Vampirkräfte Haben wir auch keinen Krieg? Schutz der Verdammt Ah, wir haben unter Spektral Die Spektalwächter kriegt die Ulti Ich hab kein Spektral Ich hab kein Spektral Äh, Illusion Ganz unten links Illusion Spektral Ich schau mal Da unten ist so ein Baum Der brucht das jetzt Hab ich gehört Ja Der Golem hält 7 Sekunden Ja da, boah der fetzt Ja Ja, zitt Tja, ne wenig Boah Achso, hast du jetzt den kleinen Golem da ausgerichtet? Ja, ich hab jetzt grad voll die Ulti an in da Achso, ich hab das T ausgerichtet Ja, ja, das hab ich gesehen Prost Au Cool, cool Ja, ne Ich muss dann halt wieder was aussaugen Ja, ja Oder über jeden Fall Spinnull Ja, dann können wir eh schon mal zurück zum Lager und den Zug Und wir dort dann noch aus Halt wahrscheinlich zu Minimane Ah, ja 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 Ich glaube, wir müssen wir trotzdem schneller raten gehen Oh, ey Zum Pferdele Woher Ah, jeder Weg einfach Habewärts Da ist da den Pferd umeinander irgendwo da unten Ja Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd Ja, als erstes da unten ist gewinnt den Preis Oder der Tod, wir wissen es auch nicht Sauereich So Überholt Wir haben gleich so ein Ah, ich bin grad in Wann ich nicht gerodelt Ja Ich nicht gerodelt Ah, ist lecker Kommt so eine blaue Schildkrötenschale von hinten Das ist sehr schön Sehr schön Ich hab mich verfahren Super, ich lauf dir nach Ja Wir laufen jetzt wieder durchs Knoblauchgebiet Na, 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 na Na, na, na Na, na Na, na Na, Pferd Na, grad Da müssen wir ihn Pack Ja, genau Ja, genau Mann Der griff mit dem Pferd da So nicht Dann ernähren wir uns grad 15% Krieger Oh, da komm ich ja Kommst du? Ja Ja, ich bin da Zufällig von einem Sniper getroffen Wo ich Ein Pferd am Schuss Das klingt echt nicht zufällig, muss ich sagen Ich bin da Was ist der? Aber na Ja, ich muss da noch Schatten Der Schatten Der Schattengenuss Heilen muss ich nicht Heilen muss ich nicht Heilen muss ich nicht Level 37 Level 55 Da kriegst du einen Totenkopf Wir haben das Oh, das ist der Vampirjäger Der ist 60 62 Mach, mach Ratten Manch, die erkennt uns nicht Also wenn sie jetzt als Vampirjägerin Mir als Ratten Oh Ich hab mich erkannt Ich wollte grad sagen Wenn die Ich nicht erkennen Wenn sie gegen die kämpft 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 Kleine kacke Nein Ich glaub, die ist gar nicht so stark wie sie meint Oh Das betäubt da nicht Die verstummt mir mit ihrer Silberkugeln Na, 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 na Ah, jetzt da Ok, warum auch immer Was ist die Stadt in der Sonne? Wenn sie wirkliche Vampirjägerin werden Wüsste das Das hätten wir ins Unterstauber Oh shit, hier haben wir gar meinen Schatten weg Wo ist das? Doch Hä? Wie kann ich auch keine Ärzte Ich weiß, wie schon stirbt die Drin Nein, ich bin ja recht mutlos Ich tue gar nix Der ist schon voraug kurz Ok Ah, sie hat das Pferd angeschossen Oh, ja Sie macht ja immer einen Flickshot Nein, nein, nein Oh, da kommt nochmal Da kommt eine andere Ist nicht gut Weil ich bin grad Oh shit Oh, da ist viel Schatten Oh nein, tu uns kurz so'n fetter Oh shit Oh, die kämpfen gegen sie Warte Nein, nevermind Verpissen wir uns, oder? Ja, aber der Fett ist bei mir Ja, dafür verfolgt sie mich Ja, dann bleib dran Oh wow, da kommen noch mehr Ja Wie ist das denn da? Ja, da kommen auch noch mehr von hinten Ja, da kommen auch noch mehr von hinten Apolog hat alles, habe ich das Gefühl Ich bin wieder bei deinem Pferd Mach ich zum Haus Ja, aber der Korn Die hat Die hat Die hat One shot Auf mich Will sie machen Ich bin aber bei dir Ja, ja, sehe schon Ok Ok Oh, die Wiber rennen weg von mir Weil ich eine Ratte bin Aber du hast eh gut weggelockt Ja Ich bin Ich hör sie Ja, mein äh Mein Krieger, wo ich da hab Ah, komm Ja, weil der ist noch mal eh nicht gesprungen Ja Ah, da sind ihre Fallen Die siehst du fast nicht in der Wiese Wir sind fast in ihrer Fallen drauf Oh fuck Knoblauch verseucht Au Ist die gerade jetzt nicht auf mich? Die siehst du gerade nicht, weil sie so komisch hinter mich stehen Kann ich mich kurz heilen? Ja Ich weiß gar was sie auch nicht, muss ich ehrlich sagen Ich glaub sie ist weggerannt Nein, komm Ah, noch da ist sie Ok, bleib dran, ich kann mich nämlich voll heilen Ja, sie renkt gerade weg Nein, ich seh sie noch Nein, ich seh sie noch Oder in der Nähe Ok, ich komm wieder mit full life Siehst du gerade irgendwo über dem Busch, weil der gesprungen ist Ah, da sind Oh ja Nein, von hinterher kommen auch noch einmal welche Ah, oh, dann kommt Bramfel Oh fuck, mit dem Was? Mit ins Feuer hinein hat sie mich gekickt Was? Na Was war denn das für frechheit? Ich bin tot Ach, komm Ich bin one shot Ich bin... Oh so gut wie tot Ja Ja, die Sonne wird mich jetzt umbringen oder nicht? Oh my god Oh der Manker Auf Pfff Na Ah, so hab ich tot Im Lauf Oh Gott Mann, was Wenn ja nicht tausend Leute sind die Also sich einmischen die ganze Zeit Ist das nervig Ich glaub ich die Leute machen müssen Was? Was? In die Ena, naja zum Glück Ja Ja Ich hab nicht viel dabei gehabt, aber es ist trotzdem Nelvig Nelvig Ja Vielleicht ist sie einer dort Ja, wahrscheinlich aber wieder mit Full Life Ah Mö Mö Komm ich ja nicht grad durch da Oh, das brauch man dringend da oder quatsch Quarz Quarz, Quarz, Quarz Weißt du, es ist wieder volle Leber. Wann wir das was wir eigentlich vorgetan. Haben wir das was wir eigentlich vorgetan? Ah, sie läuft weiter. Wir spielen den Knoblauch. Naja, aber nicht so arg. Ich hab mir den Saal wieder aufgenommen. Oh, die hat 31. Oh, die hat 61. Wie hat der? 60. Der andere. Oh, andere. Let's go. Oh, er spielt. So, jetzt. Ich bin auch schon auf dem Weg. Ja, ich hätte da gerade einen Hund. Jetzt kommen wir da noch mehr. Ach. Ach. Ja. 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 Das ist jetzt auch mehr richtig der Erdung. Ja, die blässt ich auch gleich. Oh! Der Nerven geschossen. Ein Inbot. Er ist die ganze Zeit weg. Ah, jetzt. Keine mehr Eros. Ah, fuck. Ich hab grad Damage gemacht. Wenn du mich reintestest. Oder nicht schon wieder. Ah, warte wieder. Testen mich rein. Sorry. Oh, jetzt hat sie wieder ein paar Kollegen geschafft. Oder? Aber die blocken für uns, hab ich irgendwie das Gefühl. Ja, vor allem heilt sie die jetzt die ganze Zeit. Ja, riecht. Das ist ja richtig nervig. Ja, das war letztes Mal aber doch nicht. So, schon. Nein, sie hat letztes Mal keine Pitches dabei gehabt. Sie waren nicht so brutal mobil. Ja. Das bringt ja nur hin und her. Das ist gepatcht. Ja, genau. Boah. Vor allem ist jeder kackst Anti. Oh, da ist sie. Oh, da ist sie. Ha. Ja, Damage. Und jetzt kommen da ohne welche. Jetzt kommen da ohne welche. Da vorne sind wir von dahinter. Ich komm da nicht mehr weg. Da vorne sind wir der Nomi. Hey, der ist ganz voller Hase hier. Wir haben die scheiß Feuerpferle gesagt, wie es ist. Alles wird gekeilt. Alles wird gebläst. Ja, im Lauf. Ah, jetzt bist du ja gar nicht du. Also ich renne nur weg und mach sobald ich meinen C hab, mach ich es auf sie. Ah, ich bin tot. Soll ich nicht überleber gehen? Ja, ja. Jetzt bin ich tot. Oh nein, ich hab noch 1 HP. Ich hab 10 Leben. Ja, ich bin tot. Irgendwie hat mich das nur um 4 Leben gekeilt. Hey, komm. Ich spawne wieder neu. Ich verstecke mich hinter einem... ...Barzstein. Ich bekomme ich voll heal. Ja. Und wir sind in Troubles. In meiner Erinnerung war das auch anders. Ja. Unierer. Ja. 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 ,. Bist du noch dran? Nein, 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 die anderen halt. Ich habe mich da gerade an einem da, wie ich da voll hab. Ich glaube, wir müssen mit der Meredith in die Höhle hinein. Nein, und hinter mir guckt Christine, die Sonnenpriester, die ist doch zum Kotzen. Die sind total viele umeinander. Ja, ich sehe sie gerade. Ray ist schon weg, ich hoffe, sie hat mich schon wieder vergessen. Ich glaube schon, ja, sie läuft schon mal wieder, ganz normal. Also ich habe meinen Zug wieder. Ja, dann müssen wir wohl in die Höhle hinein, glaube ich. Also mit der Maus kommst du eigentlich ziemlich gut hin. So. Ich sehe ihn dran. Ah, sie fightet. In der Höhle hat sie nämlich eh gefeiert gegen so einen untoten Kommandant. gegen so einen harten Typ, wo wir das letzte Mal Probleme gehabt haben. Ah ja, das ist eh gut. Aha. Ja, wir haben ja noch ein bisschen extra. Nur schauen, dass er nicht uns ergreift. Nehmen wir sie. Ja, da hast du nichts mehr an, ich glaube. Na komm jetzt. Mach. Ja, ja. Ich bin hinter einem Ding gestanden, um wieder Maus zu formen. Warum hat er jetzt auf dich geschossen? Ich weiß nicht, ob er random ist. Wenn es nach vorne kommt, erkennt er dich. Wir sind zusammen. Oh, er ist immer noch bei dir. Dass wir halt natürlich unseren Geheim-Move zeigen. Jetzt geht er zu mir. Ja, der ist halt nicht dumm genug. Er läuft wieder hin. Ach so, er läufst du auch hin. Ja, ich bin hin. Aber sie ist hin und wieder am fighten. Ja, ja, die fighten die ganze Zeit. Ach, jetzt müssen wir eh hin, weil jetzt geht die Sonne auf. Wie g'sern fighten denn die da drin? Ich verstehe. Er soll doch mal machen, oder? Jetzt wollen wir nicht schnell machen. Ja, das ist gut. Nein, komplett weg. Ah, man hat mir gerade noch das Züge, oh mein. Nein, ich hab jetzt noch nicht wieder gut. Was? Ja, mein Blut ist schon leer. Das staut noch nach hinterm Eisen, der hat sich sauber versteckt Okay Ich weiß nicht wo sie ist Irgendwo auch nicht raced anscheinend Sie hat bei mir in der Nähe, wird sie irgendwo gefightet? Aber dort habe ich sie nicht gesehen Ah, sie ist bei mir Als hätte ich sie gerufen Ja genau Oh, jetzt ist sie gerufen Hä? Oh, was brauchen wir nicht? Also bei mir wäre sie, falls du weißt Falls du weißt Ja, mein Kuhle Was hat sie mitnehmen müssen? Ich bin einfach bei dir wieder gerufen Ja, das ist dort vor mir Wie kämpft sie gegen jemanden? Gegen mich Achso Okay Ich habe das Gefühl, da hinten ist sie nicht so mobil Oh Oh Oh, dieser Schuss, hä? Hä? Oh, jetzt auf 2 Er rennt so wieder Unglaublich Ich glaube zu zweit sein Oh, wie soll das mit? Jetzt da Ah, das würde ich nicht Mach Ach, come on Ach, come on Äh, weiß ich eigentlich wahrscheinlich wieder, weil ich kein Blut Äh, kein Blut Äh, kein Blut Boah Na, wir hätten sie da ins Eck hineinhause Boah Ah, jetzt hat sie aber wirklich jemand spawnt, gell? Das hat sie sonst nicht Ja, ja, die spawnt, doch die spawnt die Erheinis da haben Aber hat sie das schon schon? Boah, jetzt hat sie ganz anders geleaktt Au Ah, was ist jetzt? Ah, ich kriege nur aufs Maul Ich mein, jetzt habe ich gerade alle getroffen Ja, aber jetzt bin ich gerade auch wieder Ah, kein Blessings für mich Ach, sie hat den Gags da angeschossen Nein, ist die lästig, hä? Sehr wahr, nicht für die lästigste Naja Da bless die selber Jawohl, sie hat wieder gegen den Stützpäler geschossen Au Boah, danke für den Healing-Wahl Ne, on time Boah, das habe ich glaube, wieder arskettet, ja Nice We ate it Und der Mond geht auf Ja, und ich bin tot Und der Mond geht auf Ich bin gleich tot Oh, Inventarfall, da Ah, ich habe kein Blut mehr, um das geht Ne, ist ein Herz oder irgend... Boah Saved Eine Sekunde hat er gemacht, hat er gemacht Ja, aber er ist halt nicht die, was wir brauchen Pass gut, pass gut, ich habe gerade ein Herz Ich habe gerade ein Herz gegessen Äh... Passt Passt Dann habe ich wieder... Dann habe ich wieder... Dann habe ich wieder... Dann habe ich wieder zwei Slots da jetzt frei Dann kann man da noch wieder voll viel Eisen mit Oh, da sind dann noch ein paar Wengel Dann habe ich wieder Nein, es ist die Ratte aber Dann habe ich wieder gut Dann habe ich wieder Das warst Dann bin ich zumindest Da, 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 da. Da ist ne Kiste. Die sind fast wieder randvoll. Oh nice. Wir haben glaube auf Blut. Die Blutspule ist das neue was man von Error kriegt. Wenn ich mich nicht täusche. Die hittet und healt Verbündete um 100%. Und die selber um 40%. 40%, keine Ahnung. Von so einem 30er Hit, 15 HP nehm ich schon gratis. Was liegt denn da alles nochmal? Da ist schon ein Inventar voll. Pflanzenfaser. Ja, let's go to the base. Ich hab jetzt mal 600. Ja, ich hab 2, 4, 6, 8, 10, 200er Stacks. Nice. Nice. Vollfaden. Oh, da nähere ich mich grad noch. Ja. Oh, das war nicht gut. Wie passt das denn? Die näher mich jetzt von dir an. 59% Schirk. Ich hab mich so jetzt fast umgebracht. Um 10 HP. Ganz schön, wenn wir dich dann noch kümmern, die da unterwegs sind. Bei Musserlaufen. Du musst nicht ziehen, gell? Ich bin schon weg. Ja, ich die auch gleich mal. Ich bin verbrannt. Verdient. So verdient, wenn man die Leute im Stich lädt. Ach. Ja. Bitte triff mich einfach nicht. Lass mich weg. Oh, der Schiss beim Peil auf mich. Boah, da fliegt ein Feuerpfeiler mir vorbei. Nein. Ich bin der Huss und ich hab immer noch die Eruptionen von der Mine. Wo... Nein, da bin ich. Stopp. Schau mal, ob du alles mitnehmen kannst. Nein, ähm... Ich kann auch mal ein paar Rubinios werfen. Vielleicht kannst du welche der Fuß haben. Das und das. Nur das Herz. Ja, passt. Ja. War das ein ziemlich erfolgreicher Tag. Mit vielen, vielen Diamanten. Vielen, vielen Eisen. Die Tür macht ja, wie immer, nicht zu. Weil wahrscheinlich... Man kennt's, es brennt's. Der Schmelzofen ist voll. Denn, äh... Ja. Es geht bald wieder weiter mit der nächsten Folge. Neue Ausrüstung. Wo sind die Schuhe dann upgraden? Und hoffentlich... Wären wir bald noch stärker. Und können bald noch mehr so Impulse bezwingen. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und... Lebend wieder sind. Das ist ein sehr guter Punkt. 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 Bis zum nächsten Mal. Und dann bei der Unterricht. Ich bin einer sehr guter Punkt.